So kann ein V-Log doch starten. Selkom zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Absolut geniale Voraussetzungen für den heutigen V-Log. Ah Leute, gestern Champions League, darüber reden wir gleich ein bisschen in diesem Video. Wir reden jetzt erstmal darüber, dass ich gerade ein Video hochgelaufen bzw. freigeschaltet habe. Und zwar Deal with Fernando Torres. Yeah, jeder liebt ihn. Bin ich mal sehr gespannt, wie das Video bei euch ankommt. Ich hoffe gut, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall euch das Video an. Und das kam gestern Abend um 18 Uhr online bzw. 17.56 Uhr. Und ich habe im letzten Video einen Cliffhanger gemacht. Und zwar habe ich gesagt, wir werden Pakete auspacken. Das machen wir gleich. Die liegen da hinten. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich möchte euch sagen, warum der Titel das ist. Es war für mich bisher der geilste Tag dieses Jahres. Ganz ehrlich. Wer mir auf Instagram nicht folgt, der sollte es auf jeden Fall sowieso tun. Aber da seht ihr ein Bild, wo ich am Maschsehe war. Ich habe übrigens die geilste Kombination hier an Jogginghose. In Kombination hier mit Hemd und... Ja, ja. Stilsicher. Stilsicher, liebe Freunde. Ich war am Maschsee heute und es war wunderschönes Wetter. Weil Winter, Sonne, aber so leicht Richtung Frühling. Die Vögel zwitschern wieder. Es war warm sogar. Dämmerung jetzt gerade. Das war einfach nur richtig herrlich. Und von daher hat mir das sehr gut gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare ballern, ob ihr das auch so feiert. Dieses sommerlich, winterlich, frühlingshafte, angehauchte Wetter. Ich muss aber die Kamera hinstellen. Dann machen wir die auf die Pakete. So, und ich hoffe ganz stark, dass ich dafür keine Messer brauche. Oder keine Gabel, wie ich eigentlich sagen wollte. Was habe ich denn bestellt, liebe Freunde? Ich habe ein Buch bestellt. Ich habe auch noch andere Sachen bestellt. Das ist Paket Nummer 1. Das ist jetzt bereits leer, wie ihr hier sehen könnt. Da haben wir noch Paket 2 und Paket 3. Warum 3 Pakete? Ich weiß nicht, ob sie separat gekommen sind. Aber das eine war auch ein bisschen schwerer zu liefern. Es ist folgendermaßen. Und zwar habe ich in den letzten Tagen sehr viel Musik gehört. Unter anderem eine Menge neuer Musik, beziehungsweise Musik, die ich vorher nicht so gehört habe. Ich habe weil letzten Monate, beziehungsweise die letzten Wochen, eigentlich eher auf dem Hardwell Trippern, die einfach leider von euch vor allem, die auf Instagram folgen, wenn sie die Story mal gesehen haben, mitbekommen. Guck mal, hier sind drei Sachen drin. Aber auf jeden Fall Hardwell extrem gefeiert, extrem gesuchtet auch. Und dementsprechend mal wieder ein bisschen andere Musik jetzt gehört. Und dann bin ich auf einen Typen gestoßen, den ich mochte vorher schon, den ich aber nicht so krass fand. Den ich mittlerweile aber ziemlich, ziemlich nice finde. Und ein Lied habe ich von ihm gehört. Jetzt sind die Pakete übrigens alle leer hier. Einen Lied habe ich von ihm gehört. Und dann habe ich mir entschieden, ich werde jetzt Fan von dem und kaufe mal das Album. Und dann war ich auf Amazon, habe mir das Album da bestellt. Dann dachte ich mir, hm, eigentlich müsstest du, weil ich habe von Mecklemore ein Album im Auto. Und zwar This is a really messer. Ich habe übrigens in meinem Auto nicht die Möglichkeit, irgendwie andere Sachen als CDA zu spielen. Ich bin im Radio. Dementsprechend, ja, deswegen lohnen sich CDs und allgemeinwillig. Ich habe angefangen, CDs zu sammeln, weil ich zeige dir ja meine Buchsammlung. Ähm, ja. Dann habe ich mich entschlossen, mir dieses Album zu holen. Dann dachte ich mir, von Mecklemore hast du ein Album. Aber das ist von einem anderen Liedlingsrapper kein Album. Holst du dir das mal? Dann konnte ich mich entscheiden, für welches hab ich ein zweites geholt. Dann dachte ich mir, hm, dann brauchst du aber von Mecklemore noch ein zweites. Und dann dachte ich mir noch, du hörst ihn momentan noch so extrem gerne. Und von dir habe ich auch noch ein Album. Also im Endeffekt habe ich mir fünf Alben gekauft und ein Buch gestern. Sehr erfolgreicher Tag. Und, ähm, wir fangen mal an mit dem Album, was ich mir als erst gekauft, beziehungsweise womit das Ganze angefangen hat, der Wahnsinn. Und zwar, Rag & Bone Man. Human. Sehr, sehr geiles Album, hoffentlich. Äh, die jeder, die man eventuell kennt, sind bisher Human und Skin. Ich glaube, die anderen kennt man gar nicht so extrem. Aber es gibt auch noch sieben Bonus-Tracks. Und zwar The Fire, Say To Nothing, Life In Her, äh, Life In Her Yet, genau. Your Way On The Rope, ne, Oh The Rope, Lay My Body Down, Wolfs Und Healed. Hört sich sehr, sehr nice an. Der Typ ist extrem sympathisch, finde ich. Eine sehr geile Stimme und dazu, keine Ahnung, der sieht auch cool aus irgendwie. Deswegen, ich werde jetzt Fan von dem. Das zweite Album war dann Eminem, Recovery. Mein Lieblingsrapper. Und, ähm, ja, das war das Album beispielsweise mit Not Afraid oder auch Love The Way You Lie mit Rihanna. Won't Back Down featuring King und No Love featuring Lil Wayne. Talking To Myself kennt man eventuell noch. Dann Going Through Changes, Seduction. Das sind alles richtig geile Lieder. Almost Famous, You're Never Over. Aber das, äh, ist ein geniales Album, hoffe ich. Ja, hab's natürlich noch nicht gehabt, aber hab die Lieder natürlich, Lieder natürlich teilweise. Und, äh, das werd ich mir auf jeden Fall durchsuchten. Ich kann das Hardball haben auch auswendig, obwohl da nicht mal Text bei ist bei den meisten Lieren. Aber naja. So, wie gesagt, dann dachte ich mir, du brauchst noch ein zweites Album von Eminem, beziehungsweise ich komm mir nicht entscheiden, welches ich mir hole. Deswegen haben wir nur noch Curtain Call geholt. Ähm, da haben wir unter anderem beispielsweise drauf My Name Is. Dann haben wir da drauf The Real Slim Shady, Mockingbird, Without Me, Lose Yourself, When I'm Gone, Guilty Conscience, 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 oh Gott, nicht Conscience, äh, Like Toys Soldiers. Ja. Nur Guts Over Fear hab ich nicht. Das ist ein bisschen traurig, weil das ist mein Lieblingslied von Eminem, für die, die es nicht wissen. Aber ich denke mal, die CD wird auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, ich hatte einen Lieblingsrapper, das ist Eminem und der zweite ist Mecklenmo, wo ja auch ein Konzert war. Ne, erinnert euch, eventuell. Mit der Person im letzten Frühling. Und da hab ich mir jetzt gedacht, nächstes Album oder das letzte Album davor, For This Unruly Mass I've Made, ähm, ja, hol ich mich auch noch mal. Und zwar The Heist, unter anderem mit 10.000 Hours, mit Ken Holders, Thriftjob, Same Love, Thin Line, Make The Money, Neon Cathedral, Bomb Bomb, dann White Walls, Jimmy Love and, Ähm, Wings, Awake, Gold, Starring Over und Cowboy Boots. Ich kenne die Lieder alle. Und, äh, mega nice. Freue ich mich extrem drauf, das mir mal durchzusuchten. Und dann kommt das letzte Album. Und das war das, wie gesagt, was höre ich momentan noch. Und das merkt ihr in den Videos. Da könnt ihr jetzt mal hier in der Infocard abstimmen. Na, okay, ist eigentlich sinnlos. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es geahnt habt. Ähm, es gibt nämlich eine Band, von der ich extrem viele Lieder momentan höre und extrem feiere. Und zwar, ja, Alan Walker Remixes, aber das wisst ihr eigentlich nicht. Äh, 21 Pilots. Ja, das Album heißt Blurryface. Äh, man kennt wahrscheinlich vor allem Stressed Out and Right. Das, äh, Right ist auch mein Lieblingslied. Aber es sind auch andere geile Lieder raus. Beispielsweise The Judge. Feier ich extrem benutze ich auch in den Videos. Lane Boy, Fairly Local ist auch geil. Tear in my Heart. Dann Daud, We Don't Believe What's on TV. Hometown, Not Today. Das ist, das ist schon nice. Und ich mag die 21 Pilots auch extrem gerne. Dementsprechend freue ich mich, dass ich diese CDs habe. Also, im Endeffekt sind es jetzt, machen wir mal kurz einmal auf einen Haufen hier, dass ich die irgendwie zeigen kann. Der Greg and Bowman natürlich ganz am Anfang, weil der hier den Hype hier gestartet hat. Kriegen wir das irgendwie hin? Ne, kriegen wir nicht hin. Doch, kriegen wir hin. Oder? Kriegen wir das hin? Das ist schon geil. Da freue ich mich extrem drüber. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, mal zu den Büchern. Das ist jetzt hier so voll, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist hier irgendwie voll privat. Naja, egal. Also, das ist die, meine Lieblingsbuchreihe von Lars Kepler. Da wirst du scharf. Wirst du scharf. Wirst du scharf. Hallo, wer scharf? Das will nicht wirklich scharf werden. Aber egal. Lars Kepler, Paganinis Fluch haben wir hier, Flammkinder, Sanfran und ich jage dich. Da fehlt jetzt, oh Gott, ich weiß den Namen vom ersten gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das die Jona Linner Reihe. Das ist ein finnischer Kommissar in Schweden. Und es sind auch Schweden Krimis. Also, ja, brutalere Krimis quasi eher. American Sniper habe ich das Buch zuerst gelesen. Nee, er hat erst im Film geguckt, dann das Buch gelesen. Der mit dem Baltern sind die Zidane, dann Meteor und die Totengräberin. Hier fehlt, wie gesagt, das eine Buch, was ich halt gelesen habe, noch von der, aus dieser Lars Kepler Reihe. Das nächste habe ich mir dann gestern noch bestellt. Das kommt im April raus. Und dazu haben wir hier noch KSI, I'm a Balanced. Auch sehr, sehr geiles Buch, muss ich sagen. Hier unten stehen noch ein paar, aber die sind relativ unbedeutend. Die haben nicht so eine große Wichtigkeit. Da steht übrigens einmal meine Kamera, wenn ihr nicht wisst, mit welcher Kamera ich gerade aufnehme. Dann ausgebrannt, auch ein sehr geiles Hörbuch. Da liegt noch eine Astor-Box und PES-16. Da haben wir eine Galaxy und meine Kopfhörer da hinten. Und hier haben wir die ganzen Filme. So, die ist so, ja, ein paar Filme. Hier liegt beispielsweise noch Zlatan rum. Oder auch Benjamin Button liegt da noch rum. Avengers haben wir da noch, Inception. Ziemlich, ziemlich nice alles. Was haben wir hier noch für eine Blu-Ray? Das ist Equalizer, mein Lieblingsfilm. Genau, mit Knochenjäger. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, da hinten stehen noch ein paar. Hier sind ganz viele Autogrammkarten. Grüße an Yannick an dieser Stelle. Die habe ich von nebenbekommen zum Geburtstag dieses Jahr. Ja, wie gesagt, dieses eine Buch fehlt. Und das, was ich aktuell lese auch. Das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek. Auch extrem empfehlenswert. Und hier haben wir noch ganz viele Spiele. Xbox-Spiele und Xbox One haben wir vier Stück. Ein paar Xbox 360-Spiele. Ja, so ist das hier aufgebaut, ne? Genau, so. War jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, das gefällt euch. Champions League, reden wir gleich drüber. Naja, also nachher, weil es ist heute aber Champions League. Und das Video kommt auf jeden Fall am Donnerstag. Ne, Freitag. Das heißt, wir reden gleich noch über Champions League, dann über Euro League und dann war es das von diesem Vlog. Weil viel wird die nächsten Tage nicht passieren. Whatever. So, mittlerweile ist Donnerstag Nachmittag. Hier gerade Mittagessen. So ein einfacher Fertig-Burger. Das ist an sich so ein Scheiß-Essen, ne? Aber es ist halt einfach schon mit Barbecue-Sauce noch dazu. Es ist so einfach. Es dauert eine Minute. Und dazu einen schönen Almond Pumpkin Crisp- und Cereal-Riegel von Vasa. Ja, no-Product-Placement natürlich. Ja, ansonsten läuft hier gleich Netflix. Das heißt im Endeffekt, ja, White Collar. Und hier, ich zeige das ganze Team noch nicht. Ihr seht nur Oblak. Das ist mein neues Weekend-League-Team. Beziehungsweise ich versuche mich gerade zu qualifizieren. Da seht ihr die Außenverteidiger. Ja, mal schauen, wie das jetzt gleich laufen wird. Ich bin jetzt im Halbfinale. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen gerade. Ich komme normalerweise ja echt selten zu spät, ne? Aber gerade wird die Kamera nicht scharf. Und ich bin tatsächlich mal zu spät. Hallo, das geht ja gar nicht. Hallo? Aha. Ich bin tatsächlich mal richtig zu spät. Fast eine halbe Stunde, weil ich was vergessen habe. Das passiert mir normalerweise halt wirklich nie. Aber naja. Immer noch besser als Özil gestern gegen Bayern. Der ist nämlich gar nicht aufgetaucht. Regenbaum, ein geiler Typ übrigens. Habe ich ja gestern im Video gemacht. Und zum Thema Champions League. Könnt ihr euch den Vlog auch angucken. Weil ich habe da, glaube ich, genug über Champions League geredet. Und an welchem Video? Nein, das ist Squad-Bilding-Challenge. Squad-Bilding-Challenge kommt auch heute. Da rede ich über die Champions League. Da habe ich genug darüber geredet. Wie mache ich es hier jetzt nicht mehr? Abgesehen von dem Özil-Witz. Schon wieder unterwegs. Es ist unglaublich. Auf geht's nach Hannover. EuroLeague möchte ich kaum was zu sagen. Schalke gewonnen. Florenz gewonnen gegen Gladbach. Glücklich dank Schiri. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns morgen. Wir fahren wieder zu Meckes. Aber wir holen uns nur Krusty Pommes. Und Fooden dann. Und dann Bundesliga. Und danach melden mich nochmal. Die besten Burger macht man selber. Und zwar in so einem geilen Grill hier. Optimal. Kannst du aufklappen, glaube ich. So, jetzt kommt die da rein. Dann wird das richtig gut. Oh, yes. Können wir mal nicht finden. Oh, ist das geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier sind die Brötchen drin. Oh, perfekt. Oh, sieht das geil aus. Ich kann es einfach nur sagen. Es sieht einfach nur... Oh. Unglaublich. Dieser Vlog war irgendwie total verplant. Ich weiß nicht. Aber okay. Wir reden ein bisschen über die Bundesliga, die am Samstag stattgefunden hat. Beziehungsweise am Freitagabend. Es gibt eigentlich viel Großartig zu sagen. Auf Ancelotti werde ich nochmal beim internationalen Teil eingehen. Der internationale Vlog kommt morgen. Ich sag mal so. Leverkusen gegen Augsburg war keine Überraschung für mich. Ich habe 2-0 getippt. Es ist 3-1 ausgegangen. Passt dementsprechend. Dass Dortmund so deutlich gegen Wolfsburg gewinnt, hätte ich gerade nach der Leistung gegen Hoffenheim von Wolfsburg nicht gedacht. Und ohne die Süd. Aber das war sehr souverän vom BVB. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Auch wenn Wolfsburg ein bisschen Pech hatte. Beispielsweise durch das Eigentor von Brümer. Aber so ist es nun mal. Dann haben wir beispielsweise das Spiel zwischen Frankfurt und Ingolstadt hätte ich nie so gedacht. Aber in meinen Augen alles richtig entschieden vom Schiedsrichter. Abgesehen vielleicht von der roten Karte für Les Cano. War es Les Cano? Nee, es war Lecky. Kann man geben. Muss man aber in meinen Augen nicht. Weil er guckt nicht. Er sieht ihn nicht. Und er ist runtergegangen. Aber okay. Kann man geben. Rote Karte für Abraham. Total berechtigt. Ja, der verschossene Elfmeter von der Säbel war ja auch rein. Naja. Für Ingolstadt gut. Bremen gewinnt 2-0 gegen 1. Hätte ich nicht erwartet. Ehrlich gesagt. Vor allem nicht 2-0. Null. Aber okay. Ordentlich. Haben sich damit ein bisschen befreit. Sind nicht. Haben das vor vorbeigezogen. Weil die Unentschieden gespielt haben. Aber trotzdem nicht schlecht. Hertha gegen Bayern. Typisch irgendwie. Hätte Hertha nicht so gemauert am Ende. Hätte Hertha nicht so lange auf Zeit gespielt und so viel geschindet. Und einfach ganz normal den Stiefel runtergespielt. Und spielerisch versucht dagegen zu halten. Dann wäre es eventuell 1-0 geblieben. Aber so haben sie quasi erzwungen, dass so ein spätes Tor fällt. Weil so lange Zeit zu schinden und so lange wirklich rumzudödeln. Dann irgendwann treffen die Bayern. So sind sie halt. Da kann man nicht mehr viel zu sagen sonst. So, was war es noch? Darmstadt. Gegen wieder Darmstadt dann gespielt. Hoffenheim. Genau. Ich habe 2-0 getippt. Es ist 2-0 ausgegangen. In Ordnung. Ja. Gab sich viel zu zu sagen. Darmstadt ganz, ganz schwach offensiv. Von Hoffenheim war es auch keine Glanzleistung. Aber war in Ordnung. Die kommen nach Europa. Da bin ich mir sehr sicher. Dafür sind sie stark genug. Und ja. Interessanter Bundesligaspieltag würde ich dazu einfach mal sagen. Bin gespannt, wie es heute weitergeht. Heute haben wir noch Leipzig gegen Gladbach und Schalke gegen Köln. Das ist definitiv nochmal ein schöner Sonntag. Ihr könnt mir gerne auch eurem Mann in die Kommentare schreiben. Morgen geht es dann wie gesagt weiter. Meinungs zu 96 und Meinungs im internationalen Fußball. Unter anderem mit Ancelotti, Balotelli und so weiter und so fort. Wenn euch dieser Vlog hier gefallen hat, war mal ein bisschen was ganz anderes irgendwie. Dann lass auf jeden Fall trotzdem einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.